Hallo ihr Lieben, da seid ihr wieder. Schön, dass ihr mich begleitet an diesem herrlichen sommerlichen Tag. Da kriege ich Urlaubsstimmung und tatsächlich, wie ihr ja wisst, für mich geht's demnächst nach Rhodos. Und man mag es nicht glauben, auch jemand wie ich braucht Sonnenschutz und Aftersun. Ich habe im kostenlosen Newsletter bei Deals.com was ganz Tolles gesehen. Die Shop-Apotheke bietet für Neukunden einen 10% Rabatt und mit diesem 10% Rabatt inklusive Versand spare ich 12 Euro für meine Reisekasse, wenn das nicht super ist. Tja, ich verstecke sie ja immer gerne vor euch. Normalerweise brauche ich nämlich zum Lesen eine Brille. Aber wer will schon so am Strand liegen und eine Brille benutzen, wenn er in der Urlaubslektüre blättert? Ich nicht. Also habe ich weiter gestöbert und meine Linse hat ein Sparset, das sie anbieten. Das sind Kontaktlinsen inklusive Pflegemittel. Normalerweise so knapp 50 Euro. Ich bekomme aber einen 10 Euro Gutschein. Das spare ich also richtig toll und liege insgesamt unter 40 Euro für neue Linsen und das Pflegemittel ist auch dabei. Ich freue mich und ich werde es sofort bestellen. Und die Hundefreunde unter euch, die kennen das ja bestimmt. Man freut sich auf den Urlaub, aber wohin mit dem kleinen Schatz? Mein neues Retriever-Baby ist gut untergebracht bei meiner Nachbarin. Und ich habe gedacht, wie kann ich sie unterstützen? Natürlich am allerbesten, indem ich das Hundefutter schon mal bestelle. Ich habe bei Deals.com nachgeforscht und bin fündig geworden. Petto Bell hat einen 5 Euro Gutschein für mich. Das ist super für das Premium-Futter. Das kann ich bestellen. Ich gebe weniger als 20 Euro inklusive Versand aus. Also alles ganz easy und ich habe noch ein bisschen was in meiner Reisekasse. Ihr merkt das bei Deals.com. Das geht total einfach. Es ist schnell. Man ist immer up-to-date mit den neuesten Rabatten und Gutscheinen und vor allen Dingen ist es kostenlos. Also wünscht mir eine gute Reise. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, eure Sunny.